Prozent willkommen liebe Kuchen ein paar fernst jetzt immer wieder mit einer neuen auf gar also aufnahme wurde ein paar soll hier wir beginnen auch schon mehr einen neuen Prozent sprach Fehler er er kann und gehen hier haben wir wie immer schon ist bekommen der Quest erfüllt und er bekommt er auch wieder schöne Geschenke 10 Rubine auch nicht schlechter die das hier um er wird die Kampf kraft eine fernke vom 6 Prozent okay bestimmt auch nicht schlecht und hier wurde ich wieder mal sabotiert oder angegriffen kennt euch jetzt aussuchen wir das nennen wollt so vier Sekunden nur 3 2 1 so das hat 21 Sekunden in dieser Zeit können wir uns hier schon mal Stimmbünzen abholen so hier bekommen wir das 60 Stück so und hier haben wir einiges bekommen Angriffs sieg auch dritte Burg und wir haben sie natürlich diesen Kampf gewonnen Sponage gescheitert er wollte mich wird eine Ego zu den aufspinieren eine gescheitert schade überfalls sieg ein neuer ob der Burg Sponage abgewährt Herr Jojo wollte mich schon wieder mal ausspinieren naja Jojo hm ähm Genage von ah ah ok danke Urimus dass du ihn ausspiniert hast also ich glaub du hast ihn ausspiniert wenn ich mir da sicher bin ja hat der sehr schön vielen dank dafür den würden wir natürlich schaffen da wir mehr einheiten als der bei weiten und den bedanke ich mir auch für die ganzen Rohstoffe Urimus sehr schön Neu Kleider sabotiert der Sponage hier nochmal vielen dank dazu ok hier wurde ich mal sabotiert aber das macht uns auch gar nichts so hier nochmal kurz reparieren wir haben immer noch oi 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 wir haben ja immer noch einheiten im Minusleider jetzt was in der Meier ob es sei so hier ist der Julio und in ein paar schon erst es mit denen der auch noch mehr wenn eine noch keine angreifen Leider aber hier können wir schon mal ein paar Raubtierbogen attackieren so hier auch nochmal und auch von links so und Attacke und hier können wir gleichzeitig auch nochmal attackieren so und von dir seid ihr auch nochmal wollen wir nicht so sein so und angreifen ok werden immer stärker und stärker von Runde zu Runde werde stärker und stärker und morgen können wir auch schon von unseren freund sie angreifen die sind die Oliokern Eisenhaken da können wir schon Münzen kaufen aber mehr nirgendwo das läuft sie es ja noch ach so ist das sie schon vorbei naja das wurde natürlich noch welche von diesen Dingern von diesen komischen Karten hier oder jemand die auch nennt ich vergesse immer leider und die haben wir es hier mehr Rubine bekommen und die heißen Maragte Rubine oder irgendwie so glaube ich so ein Level braucht wir ja auch für unsere Farmhäuser so so was können wir jetzt hier hier Münze spenden das machen wir noch gerne aber auch mit der XP und können somit schneller dann aufsteigen Wohnhausstufe 2 ausbauen und Holzfelderstufe 3 ausbauen ich will sagen wir bauen jetzt erstmal einen dritten Holzverlier äh ähm so wo wollen wir denn hier hin hier hinten mal ein bisschen Platz schaffen so und 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 yeah Holzfelder nice nehmen wir auch wieder an einfach auf Stufe 3 den bau ich dann heute noch über Nacht aus so hier haben wir auch wieder gewonnen wie es aussieht sehr schön ups 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 falsch gekriegt so jetzt schauen wir noch mal ob wir hier irgendwo so ein komisches Feldlager oder wie die Dinger heißen finden er ist auch 1 2 sogar schon nomaden nomaden Lager heißen die Teile so und hier gehen wir jetzt auch mal gleich hier rein von der Seite so und Attacke sei es dann mal wir schlagen den Angriff auf unsere tapferen Krieger machen sich auf den Weg zu dieser zu diesem normalen Lager aufnehmen ja und sie finden Bauern so okay Leute ich wünsche heute noch viel Spaß auch nennen schönen Abend nein wir haben wieder Truppen bekommen und das richtig viele das heißt unsere Nahrung gibt bald zugrunde müssen bald leveln 1280 Stück noch hier bekommt auch keine XP hier bekommen wir auch keine XP und hier bekommen wir auch keine XP egal Leute ich wünsche euch heute noch viel Spaß und bis morgen Leute